Hallo zusammen und willkommen zurück zu Unreal Engine und dem Sequencer mal wieder. Heute geht's um Takes. Takes sind sozusagen die, naja, die alternativen Shots. Und das ist eigentlich auch schon so ziemlich genau das. Also, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, mit eurem Team zusammenarbeitet und ihr könnt euch vielleicht einfach nicht so entscheiden, welche Kameraperspektive, dann müsst ihr nicht irgendwie 50 verschiedene Shots erstellen, sondern ihr wollt ja dann von einem Shot, also der Schnitt von der Kamera bleibt ja trotzdem noch normalerweise gleich, und von diesem einen Shot wollt ihr dann eben einen verschiedenen Take haben oder einen unterschiedlichen Take. Genau, und deswegen machen wir hier eben New Take und den müssen wir trotzdem als Shot abspeichern und das ist diese 002 hintendran. Deswegen haben die auch normalerweise diese Namenskonvention. Shot 0001-Take 002. Ja, das heißt, der Standard sind über 100 Takes und normalerweise hat man über 1000 Shots. Also das mit den Takes kann ich so nicht unterschreiben. Das mit den Shots, wenn ihr eine richtig aufwendige Sequenz macht, also jetzt stellen wir uns mal, keine Ahnung, Gears of War, falls ihr das gespielt habt, da sind so viele Zwischensequenzen drin und manche von denen sind so aufwendig wie eine halbe, keine Ahnung, wie von mir aus eine halbe Serie. Und ja, da hat man dann schon auf jeden Fall mal so 1000 Shots oder sowas, aber ich meine, da steht auch ein komplettes Development Team hinten dran. Und übrigens, Gears of War 4 ist auch mit Unreal Engine erstellt worden, wobei ich euch das Spiel nicht wirklich empfehlen darf, weil ich glaube, es ist ab 18 und ich weiß nicht, ob jeder von euch schon 18 ist. Wahrscheinlich nicht. Egal. Auf jeden Fall, wir erstellen uns hier einen neuen Take und jetzt haben wir diesen Take hier. So, und wir locken jetzt mal wieder diese Kamera, ähm, dazu muss ich hier mal wieder den Viewport switchen. Wir locken die Kamera, habe ich gesagt, ähm, nein, wir wollen sie piloten und das machen wir mit Steuerung, ähm, verdammt. Na komm, gib mir die Kamera. Äh, habe ich sie? Ich habe sie im Namen. Ähm, gut, dann nehmen wir sie jetzt einfach mal so und jetzt hat es funktioniert. Wunderbar. Also manchmal, manchmal macht es ein bisschen komische Sachen. Wenn wir jetzt zum Beispiel diese Seite hier haben wollen und dann wollen wir eben sehen, wie es aus dieser Perspektive hier aussieht, dann können wir halt einfach, wobei, wisst ihr was? Wir machen das folgendermaßen. Wir deleten dieses Keyframe hier und setzen unser Keyframe, darf ich jetzt nochmal bitte piloten, setzen wir, ähm, setzen wir hier so hin. Bam. Genau, nein, ganz kleines bisschen. So, so gefällt mir das eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ähm, und ja, jetzt wollen wir hier den Transform Key setzen. Und dann haben wir natürlich hier zwei verschiedene Takes. Das heißt, wir können hier folgendes auswählen. Ähm, ich schaue nochmal ganz kurz, ob es mir hier... Ja, den hat es eigentlich gespeichert und den auch. Cool. Ähm, das heißt, wir machen das jetzt mal hier, stellen das wieder da drauf ein und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, wir schauen uns das also wieder mal hier drüben an. Und, ja, wir haben jetzt hier diese Situation. Sieht schon nochmal ein bisschen eindrucksvoller aus, wenn man das vielleicht aus dieser Perspektive raussieht. Ähm, und da können wir jetzt relativ schnell umswitchen. Vielleicht können wir uns nicht entscheiden. Wir haben jetzt hier Take 2. Ähm, und das ist eben der zweite Take sozusagen. Also unser alternativer Take war das jetzt gerade. Ups, und ich glaube, den ersten hat es automatisch gelöscht. Wenn ihr mit Takes arbeitet, das habe ich mal wieder falsch gemacht hier, dann habt ihr sozusagen immer nur, naja, dann müsst ihr hier erstmal auf New Take gehen und dann nochmal New Take. Und dann habt ihr sozusagen zwei verschiedene Takes. Und dann könnt ihr hier über diese Takes einfach auswählen, welchen ihr eben haben wollt. Das heißt, ihr habt sozusagen einfach zwei unterschiedliche Varianten, die ihr haben könnt. Ähm, das heißt aber, wir müssen jetzt hier zum Beispiel New Take und dann müssen wir hier den 001 reinschreiben. Ähm, so, und das ist jetzt allerdings der Grund. Der Keyframe, der fällt weg. Und dann machen wir das so. So, okay. Das ist jetzt unser erster. Also das ist der ursprüngliche Take sozusagen. Bam. Und das hier ist der zweite Take, bei dem wir hier das eigentlich nicht sehen sollten. Habe ich mal wieder die Kamera nicht gelockt, kann das sein? Ja, habe ich vergessen. Okay. Also immer schön hier auf die Kamera locken, sonst seid ihr nachher beim Editieren von diesem Viewport sehr, sehr verwirrt. Also das ist unser Take 2, den wir gerade schon erstellt haben. Und wenn wir jetzt hier sozusagen einfach die Alternative angucken wollen, das ist Take 1. Also wenn ihr irgendwie unsicher seid, was sieht geil aus oder sowas, ihr arbeitet in einem Team, wollt es anderen zeigen, dann macht einfach beide und zeigt sie ihnen einfach auch so, wie sie im Endeffekt sind. Also die beiden Alternativen, die ihr hier habt. Und das ist einfach eine super schnelle Variante, um zwischen verschiedenen Sachen hin und her zu switchen. Und ja, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Kurze Sache. Und ja, wir haben aber noch ein paar andere Sachen vor. Zum Beispiel, wie kann ich diese Szene überhaupt loslösen? Also wenn ich jetzt anfange zu spielen, wie existiert dann diese Szene überhaupt? Was sind Events? Das will ich euch doch noch zeigen. Was ist mit Exportieren und so weiter? Was ist ein Master Sequencer? Fates? Zeige ich euch auch noch irgendwann ganz kurz. Das heißt, wir haben schon noch ein bisschen was vor uns. Und ja, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall mal wieder gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.